Hallo meine lieben Monster und willkommen zu dieser kleinen Info. Ich hatte ja ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ihr könnt mir eure Logos schicken, die ihr für mich gemacht habt. Und ja, der Cookie hat mir ein wunderschönes Monster gemalt und es wird wahrscheinlich noch ein paar Updates bekommen. Es sieht super süß aus. Vielen Dank. In der Videobeschreibung ist er verlinkt, genauso wie immer im Kanal. Unbedingt auschecken. Er macht super Videos. Er macht Vlogs, Montagen und Kurzfilme, wenn man es Kurzfilme nennen kann. Viel mit der Natur und er macht Speedarts und alles. Auf jeden Fall vorbeischauen. Er hat genauso viel Aufmerksamkeit verdient, wie ich sie im Moment bekomme. Ich bitte alle, die dieses Video gucken, einfach wenigstens mal vorbeischauen. Ihr müsst euch ja nicht groß umschauen. Wenigstens mal ein, zwei Videos angucken und entscheiden, yo, der macht das gut oder nee, feiere ich nicht so. Also, ja, auf jeden Fall ist das jetzt ein guter Kollege und wir arbeiten zusammen. Er macht ein paar Designs, ich supporte ihn, alles mögliche. Also, sozusagen Win-Win, ne? Ja, ich wollte euch diese kleine Info durchgeben. Ihr könnt mir natürlich weiterhin eure Designs senden. Und vielleicht ist ja noch was Cooles dabei, vielleicht update ich ja noch alles und bla bla bla, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann einmal in den nächsten Videos. Bis dann!